300 Jahre lang glaubten die Menschen im Coppolo-Sektor, sie wären allein. Das war ein Irrtum. Die Zerg kamen und verschlangen alles in ihrem Weg. Es dauerte nicht lange, bis die höchst fortschrittlichen Protos die verseuchten Welten zu Asche verbrannten. Samt Zerg und Terranern. Ein Krieg mit drei Parteien, die in die Menschheit noch nie erlebt hatte, brach buchstäblich über Nacht aus. Unterdessen tobt er auch Bürgerkrieg unter den Menschen. Marshal James Rayner schwor, Diktator Acturus Mengsk zu stürzen, als dieser seine große Liebe verrät. Sarah Carrigan. Jungs, wo bleibt ihr denn? Verdammt, Acturus! Das können sie nicht tun! Zu spät. Steuermann, Signal an die Flotte und bringen sie uns aus dem Orbit. Sofort! Carrigan, eine loyale Agentin, wurde den Zerg ausgeliefert. Doch die Zerg töteten sie nicht. Sie verwandelten sie und entfesselten ihre enorme psionische Macht gegen den Koprulo-Sektor, während sie weiter nach ihrem eigentlichen Ziel suchten. Der Heimatwelt der Protos, Ayur. Die Protos ahnten nichts von dieser Gefahr und reagierten nur langsam. Ihre Regierung, die Konklave, entsandte Exekutor Artanis, um Tassadar zu jagen, welcher die Auslöschung der verseuchten Terraner-Welten verweigert hatte. Sie trafen auf einen der dunklen Templer, welche bei der Konklave als Ketzer galten. Mit viel Anstrengung überzeugte Zeratul, Tassadar und Artanis, dass er nicht ihr Feind war. Zusammen führten sie Protos beider Fraktionen gegen die Zerg. Trotz des Zauns der Konklave errangen sie bedeutende Siege gegen den Schwarm. Doch als Zeratul einen Cerebraten des Overminds vernichtete, legte er seinen Geist offen. Aus seinen Gedanken erfuhr der Overmind Ayurs wahre Position. Der Schwarm stürzte sich auf die Heimatwelt der Protos mit all seiner Macht. An jenem Tag war es Tassadar, der die Protos vor der Vernichtung bewahrte. Er kombinierte die Macht der Templer und der dunklen Templer und opferte sich, um den Overmind zu töten. Ayur war verloren, doch Artanis führte die Überlebenden auf die Heimatwelt der dunklen Templer, Shakuras. Alte Vorurteile wurden abgelegt. Die Templer standen nun in der Schuld ihrer dunklen Hülder. Ohne den Overmind zerbrach der Schwarm. Doch Kerrigan griff nach seiner Kontrolle und holte sich dazu selbst alte Feinde zu Hilfe. Erena, Mengsk und Cerebratul. Nachdem sie ihre Herrschaft zementiert hatte, verriet die Königin der Klingen jeden Einzelnen. Milliarden Menschen und Protos starben. Niemand stand mehr gegen die Zerk. Doch zu aller Erleichterung schien der Krieg damit beendet. Cerebratul vermutete, die Zerk seien unter die Kontrolle dunkler Mächte gefallen. Er entdeckte Prophezeiungen, dass ein uraltes Wesen, Amon, Zerk und Protos zu schrecklichen Hybridwesen verschmelzen wollte. Und dass dieses Böse Kerrigan vielleicht bereits kontrollierte. Zur selben Zeit wurde der als Held angesehene Exekutor Artanis zum Anführer, sowohl der Templer als auch der Nerazin, bestimmt. Als Hierarch vereinte Artanis beide Fraktionen und versprach ihnen wieder zu dem Ruhm zu verhelfen, den sie auf Aeor verloren hatten. Doch für Jim Raynor ist eine solche Einigkeit nur ein Traum. Mengsk herrscht noch immer. Und Raynors kleine Rebellion konnte gegen den Propaganda-Apparat der Liga nichts ausrichten. Vielleicht wird es Zeit für eine neue Strategie.